Ihnen ist ständig kalt, egal was Sie machen? Die Heizung kostet horrende Summen. Also vergraben Sie sich unter unpraktischen Decken und sobald Sie aufstehen, ist Ihnen wieder kalt. Schluss damit! Mediashop präsentiert den Fleecio Kuschelhoodie. Die perfekte Kombination aus Flauschpullover und Kuscheldecke. Wir haben für Sie den flauschigsten und hochwertigsten Blühstoff mit wärmendem Baumwollfleece kombiniert und daraus den bequemsten übergroßen Deckenhoodie der Welt kreiert. Der Pullover ist windbar. Sie entscheiden, was sich für Sie am besten anfühlt. Und die große Tasche bietet Ihnen viel praktischen Stauraum. Ihnen ist immer kuschelig warm, egal ob zu Hause oder auch unterwegs. Der Fleecio Kuschelhoodie ist ideal, um mit Ihrem Haustier oder Ihrem Baby zu kuscheln. Fühlen Sie sich rundum wohl, egal wobei. Der Hoodie ist groß genug, um Sie von Kopf bis Fuß zu bedecken und ist auch ideal für Kinder geeignet. Einfach anziehen und schon ist es warm. Die extra große Kapuze sorgt auch am Kopf für wohlige Wärme. Ideal fürs Kinderzimmer oder einen Abend unter Sternen. Egal ob bei Outdoor-Aktivitäten, bei Feiern oder Veranstaltungen im Freien. Ihnen ist immer wohlig warm und die Hände sind frei. Ihr ist maschinenwaschbar und immer so weich und kuschelig wie am Anfang. Ob auf der Couch oder beim Spaziergang, Sie werden nie wieder frieren. Mit Ihrem flauschigen Fleecio Kuschelhoodie.